Oh, Pikachu zu schenken. Ich glaube, das hackt. Oh, geiler Kamerawinkel. Oh, was gab es denn hier so für Pokémon? Da gab es auch noch so Zickzacks, Schluckweg. Räschelpuck. Ich könnte auch ganz einfach mein Radar machen, wenn ich meinen Stift mal jetzt nehme hier. Oh, Mann. Jedes Vogel, den du noch nicht gefangen hast. Mach Sachen. Ich wollte gerade... Ah, Mirabla. Genau, die gab es dann. Hast du das hier? Nur Pokémon ich jetzt wieder kenne, kann ich ja. Hier geht man auch mal ein bisschen Gras rum gucken. winter interessiert mich nicht lässt du mich wohl gehen volltreffer ich glaube das hat ich soll so stimmel dich jetzt okay bringt es so viel das ist so dumm wie hier das hier einfach laufen lassen so noch mal ein tag in die fresse und dann geht das also stimmel das problem ist eine spezialattacke das wäre viel besser wenn sie knuddler könnte was auch so ein komischer namen ist aber fehlen attacken hört ich beschwere mich da mal nicht so viel ist wirklich ein typ komischer typ ganz ernsthaft er wird schnell genuss sein noch ein bisschen weiter gucken falls es hier irgendwas nützliches gibt ich glaube ist er nicht soll ich mir ein frisselblitz fangen dass wir immer frisselblitz genannt aber ich bin fällt ja gerade mal auf dass er gar kein themennamen ist hashiro da bist du ja dir ihr beiden seid auch gut wisst ihr ich bin nämlich gleich ich wollte nur gucken was es hier für pokémon noch mal so gibt und dann wollte ich auch öffnen würde es mich für die geduld es kommt eher daher dass ich eigentlich viel zu versessen im moment darauf bin dragon age ich will wissen zu spielen mich pokémon oras aber soweit interessiert dass ich mal kurz pausiere wenn ich jetzt nicht weg hätte würde ich definitiv schneller spielen aber da ist mir ja drängen älter zeitvertrag moment lieber und vor allem kann ich auch nicht zu günstigen zeiten spielen sage ich jetzt mal wieso soll ich mich jetzt schämen hab mir so lange kein spiel mehr gehabt was mich so gefesselt hat er werde ich mich auch review mäßiges mal machen stimmt ich musste erst fangen dann konnte ich ja über diese suche stimmt ja ich wollte das aber streamen durch kenne ich 24 sieben streamen haben wir jetzt echt überlegen wie man frisselblitz holen weil das habe ich noch nie benutzt ist nicht so wille was zum henker ist das denn jetzt dass wir so eine tage von der ich nicht zu bekommen habe ja du vielleicht 24 stream ich darf ich kann es einfach nicht machen hast du ganz einfach einen grund weil ich bei meinen eltern noch arbeiten muss nachmittags ja ich höre also könnte es mal probieren aber ich hab das also bis vor weihnachten sowieso nicht weil ich dann immer bei meinen eltern aushelfen muss und so würde ich das echt mal gern probieren beziehungsweise würde ich gern längere streams machen in dir du bist ja unsere 24 stunden pro ok ich glaube nicht dass ich 24 stunden stream schaffen werde weil ich dann irgendwann müde werde und ich brauch schlaf ich bin echt faul und immer schläfrig ich stelle fest bin hier eigentlich kein pokémon das kann ach nee das ist nur so und ich kann das nicht sagen weil ich die schwanzspitze nicht sehe ich will schon selber zocken als essen männern was von gar nicht das ist ein pokémon aber nur dann es ist versperrt hier hallo achso die erklären uns jetzt hier den weg aus versehen ich verstehe so ab hier geht es dann das nächste mal weiter ich hab's leider viel zu sehr gerade in der schulter ähm dann würde ich mal sagen verabschiede ich mich und sage bis dann 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 Bis zum nächsten Mal.